jetzt haben wir endlich ein wunderschönes haus gehabt endlich eine strohütte ja eine strohütte und damit herzlich willkommen in der folge ARK sind wir heute wieder auf dem wunderschönen in sie vielleicht keine ahnung was auch immer ich weiß nicht wo wir genau sind auf jeden fall haben wir ein zwei einstellungen umgestellt dass man ein bisschen besser für uns ist und auch ein bisschen besser für euch wir haben zum beispiel jetzt sehr hoch gestellt dass viel mehr zeug rauskriegen und nicht so schnell durst kriegen ja genau als er ist richtig nervig sonst dort viel zu lange und wenn man es jetzt immerhin setzt auf screen einer rüstung ganz schön kraft wenn wir noch ein bisschen fasern gehabt das sieht nämlich mega schnicker aus wie aus diese piraten da können wir mal den piraten und und wir haben jetzt festgestellt gibt wir mit dem stroh es gibt auch noch ein stein und holzhaus das muss wir alles erlernen und ich will sich da gibt es auch noch ein tech haus ich will zu erlern oder ich habe zerlehrt der holzleiter eine holzplattform oder dach kann man das plattform auch platzieren und eine holzfalltürrahmen das heißt ich kann praktischen zeiten stockbauen schon dass wir jetzt noch ein bisschen lernen ja dann kann man holz ausbauen ja wir würden jetzt noch heute mal ein bisschen tiere töten gehen damit wir ein bisschen mehr ep kriegen weil man kriegt leider nur so ep wenn man halt dementsprechend dingen skills wenn man vier kält ja und wenn man nach ablevelt wenn man auch hier zum beispiel ausdauer oder so ablevelt dann kriegt man solche dings dass man sicher level dass man das man kann zu kraften mit dem punkten rezepte freischalten ob es das fleischwasser ist ein fleischwasser vielleicht was das im kleinen zu fressen auch ich habe stammelt älter fällt haben kann 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 man das wenn man trifft ja oder ja du siehst so ein rotes und rotes dings auf kloppen bleibt stehen ab ihn nice ich habe kein einziges mal die dings willst du ja lass mich das nicht saftig das für ein vieh ist das ein fleischwasser vorruftig 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 ich habe 100 leder tubs ich habe 100 leder von den kriegten 38 fleisch wir sind ganz großen mal probieren siehst du auch das ding hier oder naja ja was ist das weiß auch nicht was das ist irgendwie ich weiß es auch nicht dann lassen wir hier so ein fliege ficht gehen weißt du so eine ding ist uns greifen die einen an oder hast du ne 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 greift nicht an wo ist das für das für ihn da ist es habe ich keine pfeile mehr ja doch ich hab hier noch pfeile getroffen oder warte mal nimm einfach damit nimm mir besser den sperr raus oder so wo ist es ich bin da das sieht man mega fett aus ich muss mir das fichte killen ja dann komm mal her erdbeben erdbeben nur holz mit dem einstein und so das brauche nicht aber holz ja gut heute kann man einfach auch einfach auch kriegen ich glaube die erdbeben sind später gut wenn wir irgendwie bessere gewicht sachen gespielt haben und so was das eigentlich hier das ist das falsch dann kommt man hier hinten der elektro die nur alter da sieht man mir das hätte ich ja aus an die oder der kitzel ich würde sich machen das würde er die in der angreifen wieso ich will ich will greifen ich gar nicht gerade in die nur den metall die nur wirst du der der kielte kompletten wirst du ja wieso ich will testen ich will testen er greift nicht er greift nicht er greift weg er ist sehr langsam ist sehr langsam renn weg ich habe ihn wieder gehettet das ist ein raptor tötet den raptor wo ist ein raptor hier bei mir kommen die nicht so hoch no way Nein! der hat den gefressen! der penner! Oh man! Ich wollte wissen was da gibt! Man! hey topst ich kann nicht mehr schießen also ich muss immer reloaden hopst expressed in den metallboden rein ok Hallo? Wow! Das hat mich erschreckt Okay, was ist das hier, Jörn? Siehst du das auch? So ein Dingensums? Keine Ahnung. Hightech. Ja, ich glaube auch, das ist irgendwie so von der... Hey, hier sind sehr komische Erze. Rollerrots. Bist du wie, Rata? Oh, oh. Oh, 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 oh. Los, Jörn. Nein, mein Ding ist weg. Jörn, lauf, lauf. Ich habe ihn ausgetrickst. Kann ich hoch, kann ich hoch? Ja, Tops. Oh, 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 oh. Äh, ich habe kein... Mein Bogen ist kaputt, mein Bogen ist kaputt. Riesst was? Ah, abwechselnd anschießen. Ich kann nicht laufen, nein, ich bin tot. Ah, kacke. Hier in Luft laufen, 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 weil das Ding ist übelstark, ey. Warte mal. Ah, ich kann... Okay, ich kann mich jetzt wieder schlafsack spawnen lassen, was mega cool ist. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe es abgehängt. Es rennt, es rennt an, es rennt an einen anderen Dino an. Ich renne. Okay. Kannst du es töten? Warte, 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 ich glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, ich habe es abgehängt. Ich glaube, ich habe es abgehängt. Ich glaube, ich habe es abgehängt. Okay. Alter, Vater. Es ist noch hier, es ist noch... Nein, es grabt sich wieder runter. Okay, ich renne nicht ja noch weiter, ich habe noch weiter. Und zack, zack, zack. Ich komme zu dir. Raptor, 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 Raptor. Bist du safe da? Ist mein leichter safe. Oh, warte, 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 warte. Ich gucke, ah, ich bin tot. Ein Raptor. Kacke. Ja, es war ein Fehler. Ja, so ein Fehler. Ja. Schlafsack? Wo gibt es einen Schlafsack? Wo kommt es einen Schlafsack? Ah, ich bin ein Schlafsack. Ah, ich bin ein Schlafsack. Oh, oh, haben wir jetzt das Sachen? Nee, oder? Nee, 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 doch. Die Sachen, die, warte mal. Ich werde weitergerannt. Bis wieder dort? Bin wieder dort, ja. Aber ich bin ein bisschen weitergerannt. Nicht, dass mein leichter diesbauen kann ich diesbauen, nee, oder? Nee, 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 du hast ja so einen grünen Strahl, wo du geschwommen bist. Achso, lol. Wisse, ja. Okay, Ratten angreifen ist böse, okay? Ja, gut, ich glaube, wir brauchen besseres Zeug dafür. Wir müssen jetzt irgendwann mal ein paar Schusswaffen machen, damit wir dementsprechend vorankommen. Ich habe schon eine Schusswaffe gehabt. Aber nur die nicht geschossen. Hey, da im grünen Stahl bin ich ja gar nicht gestorben, oder? Äh, keine Ahnung. Ich würde jetzt ein bisschen Holz formen, oder was brauche ich denn, um das zu reparieren? Ach, Breitbau, Bob. Ich bin auch rieb nicht gestorben. Das ist ein anderer, das ist ein anderer, ähm, Ort, wo ich gestorben bin. Ich bin da vorne eigentlich gestorben. Ich bin wohl komplett anderes gestorben, was ist denn das? Bin da komplett vorne gestorben. Ah, hier krieg ich die Kristalle raus. Raptor, 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 Raptor. Aber ich frag mich, wozu sind die Kristalle gut? Das würde ich gerne wissen. Irgendwas wahrscheinlich mal craften. Ja, wahrscheinlich sind die später für Laserwaffen oder so, ganz praktisch. Toten sind relativ viele Raptoren. Ja, ich würde kurz gucken. Die Raptoren erledigen daran, anderer. Weil die greifen die, die Rattern, die Raptoren greifen die Rattern. Ja, das ist sehr, weil die Hunger haben, Jörn. Die haben Hunger, Jörn. Die wollen, die wollen. Ich gehe mal raus, darum geht es um eine Leiche. Ja, ich kann nicht gerade zu dir kommen, ich weiß nicht, wo du bist, ne? Dass du jetzt gleich wieder stirbst. Weil die Ratte killt die Raptoren und umgekehrt. Ja, ja. Ich hab doch nicht, wo ist meine Leiche hier? Ich bin hier irgendwo gestorben. Wo ist meine Leiche? Kann ich hier hoch? Ich kann hier hoch, oder? Oh, ich wäre fast zu stark gewesen. Ihr habt uns das wegrennt. Hier bin ich gestorben. Hier bin ich gestorben. Hallo, ich muss kurz gucken. Oh, dieses Erschüttern ist ein bisschen heftig. Jörn, wo bist denn du jetzt? Ich suche dich. Ich bin bei dem... Warte, 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 warte. Ich muss kurz die Ratte ist nicht mehr, aber Agro-Wans, Falkus. Ich muss kurz Sachen übergeben. Jörn, wo bist du denn? Ja, ich muss kurz Sachen übergeben. Bist du denn für ein Vieh? Bist du freundlich? Du bist freundlich, oder? Iguadu Nodern. Ich kann die Sachen nicht aussprechen. Iguadu Nodern. Du musst es ja wissen. Ich hab ja... Ich kann mal wissen, was das hier hinten ist. Ich sollte es eigentlich... Ah, hier ist ein Dodo. Okay, nice. Das Vieh tritt mich nicht gleich zusammen. Wow, okay. Okay. Ich dachte, es gilt mich, aber es gilt mich doch nicht. Sieg nur Raptoren, pass auf. Ich hab nämlich gehört. Was ist das Vieh denn? Hier kann man noch töten, oder? Ja, wo bist du tatsächlich auch nicht mehr? Also, vor allem, vor allem bist du. Ich komm mal zu dir. Pass auf, diese Leuchtfücher kannst du irgendwie... Oh, ich kraft ein Raptor. Toops! Toops! Was wurde? Ich bin tot. Hey, direkt hinter dir. 40 Raptoren. Nein, ich kann nicht mehr... Aber Sleeping Back spawnen, Toops. Kannst du nicht? Was? Ah, ich werd auch angegriffen. Oh mein Gott, lol. Ach nein, Toops, wo gehst du dann hin? Nee, die sind ja da gewesen. Ich würd zu dir kommen. Ey, wieso kann ich beim... Ja, ich glaub, das hat doch eigentlich was. Es ist dumm. Ah, nein, wir müssen uns ein Bett machen. Bette, Bette, Bette sind die wahren Sachen. Ja, wo bin ich jetzt, Toops? Ah, Toops. Ich hab... Ich bin... Hi. ...in der Nähe von unseren Dingen. Ich weiß, wo wir es sind. Lol, was ist denn das für eine Schlange da vorne? Hä? Äh, ne Böse, die uns im Blick hat! Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Was? Was? Hat die Feuerkarte gespuckt? Nein, 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 irgendwas Grünes. Geh, 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 geh. Lauf, 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 lauf. Ich geh zum Ende ins Spawnpunkt. Wir sind direkt da, wir sind direkt da beim Haus. Äh, das heißt... Ich hol meine Items, ich hol meine Items. Ich hol meine Items. Ich war grad angeschrieben. Nice. Ich hol meine... Ich hol meine Items. Ich muss grad gucken. Lol, was bist denn du? Das ist eine, äh, Ziege, das ist. jetzt kann ich mir ein bett machen kann ich mir was sie ist sie fast gar nicht die raptor wir sind zu klein gegen die anderen dinos bett bett ich habe das bett doch mal klonten sind die raptor das bett ist doch hier oder hat er ab da steht direkt vor mein spawn hat jeder also leder fehlt mir noch haben wir leder ja wir haben leben das kann ich jetzt kann ich das bett machen wenn glaubt noch eins machen oder wo wenn du noch ein bisschen sparen sollte die band raptor hat er eine art der kilt aber ich kann das für dich und mein für uns machen für mich und meinen stamm okay jetzt muss ganz schnell sein aber wird aufnehmen hinlegen wird okay nice jörn alle kurz cool finde ich schön überladen diesen raptor glaube ich ich bin nicht sicher ob es ein raptor ist oder nicht warte warte ich bin gleich da ich weiß jetzt nicht wie es aussieht aber vielleicht kannst du auch auf meinem links ab uns ausbauen wenn du stirbst gleich alle fallen lassen fallen lassen sind schon böse oder fallen lassen fallen lassen sollte ich jetzt kann ich wieder rennen was ich gerne hätte dass man so bei ähnlich wie bei rust wenn man alt drückt dass man umher gucken kann weißt du dass man trotzdem gerade aus ich krieg roh ist fleisch und schittin was ist schittin das ist das was insekten als panzer haben das ist schittin leute ich ja rüstung mag kraften nachher glaubst du ja glaubt schon dass du da irgendwie rüstung machen kannst davon nur das letzte da wo ich jetzt bin keine rapporten sind hallo hallo nein das nicht bitte 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 sagt danke okay mal die g4 da die fliegen warte mal ich muss kurz gucken anziehen 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 für viel zweck was habe ich denn bei mir alles frisst der große typ der fliegen ganze zeit in den hier sind dodo mein dodo mein dodo mein dodo hallo dodo ich hab mir das zeug mitgenommen ich mach mal die fasern warte jörn was ist hier noch faser nehme ich mir zu testen hat die faser mitgenommen so ok kann ich so schnell gehen grad was kurz testen wenn wir müssen die fackel in der hand halten und dann ist meine fackel machen aber ich meine fackel ich habe die musste noch irgendwo liegen oder meiner leiche besser nicht du kannst dir irgendwie wenn du e drückst dann steht da was kann ich die e gedrückt hat keine ahnung keine fackeln aber ich glaube diese maulwurf ratten dinger die sind irgendwie dazu da um den boden umzukrempeln und dann kriegst du irgendwie stoff raus was ist ja guck mal hier hast du kannst du leer daraus immer die grünen dinge da welche grünen dinger wieder kann ich nicht kennen die die sind glaubt dazu da dass du die irgendwie zähmst oder so dann kannst du die als fackel nehmen wieso wirft man die denn weg wie die nicht wegwerfen rohes lammfleisch pelz warte mal was habe ich denn alles bei mir was so viel wiegt top swimming äh äh ein guten ein guter warte ich wie viel lammfleisch ich habe ja wird das aber nicht roh essen ja muss gerade alles weg kann weil ich überlappen bin überlappen hast du oh kann man instant oh kann man instant alles fallen lassen oh man auf oh man hat immer oh kannst auch wenn du bei einer kiste t wie viel habe ich denn hier in der fleischer hier in eröffnet eine fleischerei und das pilz aber ich finde die map legit einfach so wunderschöne zu schwer sich weg und steine hier einfach so mega geil ich liebe sowas das sieht einfach so schön mystisch aus was für so schwer ich muss einfach gucken da steht immer so eine zahl unten rechts bei den items dann dann siehst du was das am meisten hier inventar dingen es kostet was ich habe jetzt holz weg 100 holz braucht keiner die kristalle sind auch mega cool aus 100 holz war es ja das am grund soll es liegen 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 mit biegen erst mal alles wieder zurück rapter 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 ich habe einfach alles mitgenommen von der base irgendein hörner die noch immer wenn dann immer wenn er ab dass ich so einen ganz großen bogen machen ja die sind böse irgendwie sind die raptor nach gestorben nämlich killt haben von irgendwas ja irgendwie ich glaube die haben in einem maulwurfsratte oder so ich glaube das ist maulwurfsratte keine ahnung ein ding stopp war kann glaube ich dings hier ich bin gerade richtig große klippe runter von der folge vom stamm vom breitbau bob bekommen 0,5 0,25 aber ein neues level ist verfügbar ich gehst du oder was soll ich da machen so auch keine ahnung aber was ich auf jedenfalls machen möchte ich möchte gucken du hast deine leiter hast du gesagt kannst du erlernen was hast du erlernt warte ich habe wieder ich bin level 14 könnte ich eigentlich die 14 gleich muss noch warten ich könnte jetzt ganz könnte jetzt theoretischen holz dings sloped woodroofers in das catwalk window wall wood 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 railing was ein railing holzaufsteig railing ist ein galender also so aber wo kann man dann baum bauen wo ist die schlange wo ist die schlange ich kann mich wenn ich mich auf dem bett richten bei bett zeigt sich dies vor uns vor seinem haus immer wieder wo war die die ist links draußen ok respond count dann hast du die hatten count dann ok cool aber du kannst das bett auch nutzen wenn du glaubst weiß ich nicht oh hast die ganze sache immer rein tupst du musst es raushauen wenn es nicht brauchst tupst ich weiß ich habe 200 leder tups bitte 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 lange bist du noch da warum ist sie noch da wo ist sie wo ist sie ich bin tot sie ist unter wasser und unter boden mann ich ja ja das ist richtig richtig heftig kannst du die ich sehe sie nicht war sie ist weg glaube ich und dann hat ja ich muss beim nächsten mal echt wenn ich die aufnahme starte muss ich einfach gucken dass ich mal auf höre windows sounds zu machen oder sonst windows windows whatsapp web reparieren ich könnte dings lernen wenn wir noch ein paar vier killen junge wenn ich mich jetzt schon wieder sieht dann rass ich aus die hat mich schon wieder gesehen nein oh mein gott also die versprüht so einen ganzen giftball alter die kotzt mich an ich komme jetzt aber nicht hoch oder nein ich brauche noch muss noch einmal level up werden nachher kann ich eine holz dem auch da hinten sehe ich mein zeug aber ich komme da nicht hin weil die blöde schlange da ist aber wenn ich mich beeile holz durch ich probiere jetzt mal leise zu machen schau was das bringt ja vielleicht kannst du dir an der an der wand da drüben platzen dann könnte man schon mal vielleicht gucken ob wir vielleicht da oben uns immer weiter nach oben positionieren können wir das wäre mega geil wenn wir da oben sein aber ich glaube dass es den kacke werden müssen wir gucken dass wir ja ich glaube am besten wäre es wenn wir am anfang ein flugvieh haben oder uns weiß ich nicht vielleicht da oben auch holt oder irgendwas cooles ich glaube fasern ist damit gemeint gewesen stroh herstellung ja du blödes tiel kommst gleich wieder aus dem boden raus Junge das lässt einfach nur so 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 ein tentakel oder wie raus Stroh woher kriege ich Stroh Keine Ahnung Wir haben keinen Strom her Du hast mich nicht gesehen 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 Jan was ist äh Flos ist Ausnahme gerade Wir nehmen ihn gerade auf Ha 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 hallo HA HAA Lange Pilz Pilz und Schlange Ich kacke Wo bist du Ich laufe und kacke Ey ihr spielt Ark oder Ja Oh mein Gott Nein Ich sehe�ser ganz vorne laufen Oh der ist tot Warum musst ich mich alles waffen bringen Die Schlange Ich bin gespannt was du machst Die Schlange kann schwimmen Die Schlange die kämmt einfach an meinem tot Die, 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 die lässt mich nicht mein Zeug kriegen. Breitsch, Rot, Ups. Äh, So kann ich das jetzt kräften. Kann ich das kräften? Langsam kenne ich die mehr, weil ich schon so oft gestorben bin, dass ich einfach, keine Ahnung. So, Ups, so gut, dass ich alles hab, ein Dach, eine Wand, einen Türrahmen, nur halt keine Foundation, also, dass ich nichts passieren kann. Achso, ein Fundament meinst du? Ein Fundament. Eine Founder, man. Ich hab Holzfundament, hab ich erlernt. Ich hab alles, ich glaub, so die ganzen Holzfundament Sachen hab ich erlernt. Aber, Ups, ich glaub, du hast das gut gemacht. Ich glaub, die Stange ist nicht mehr da. Ist irgendwie weggeschwommen. Denke ich. Äh, ja. Ich hab eine Holzleiter. Kann ich eine Holzleiter so? Ne, kann ich nicht. Ich kann sie nicht so passieren. Ich glaub, die Blei ist da drüben und lässt mich hier. Ups, Holzleiter ist nur für Horse. Was ist das? Eine Holzleiter kann man nur fürs Horse verbinden. Das heißt, du kannst hier nicht eine Wand platzieren oder so? Ne, leider nicht. Gibt's aber sicher wahrscheinlich eine andere Leiter auch noch. Äh, ja, warte mal. Was gibt's? Ich weiß nicht, ob es das jetzt schon gibt. Wo willst du, wie ist irgendwo, äh, äh, das Holzhaus, wo willst du das hin platzieren, eigentlich, um zu bauen? Ha? Padaaa. Zuschauer beladen, um zu springen. Ich würd auch mal sagen, aber daraus war es mit der Folge, gell? Ups, ich würd auch... Da machen wir, ja, da machen wir nächste Folge vielleicht das Holzpaus hier. Und dann werden wir... Ähm... Ich würd gucken, dass wir die nächsten Folge vielleicht schon da oben drauf sind. Also... Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Äh, schlaf schön, träumen wir für dich. Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.